Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute mal aus unserem firmeneigenen Garten. Wir haben hier anlässlich des Tages, den wir gewählt haben, nämlich dem Samstag, den 8.8., an dem heute die Gewinnspielverlosung um den Punkt 12 Uhr stattfand. Für Sie eine Aufzeichnung und zwar versuchen wir das Ganze möglichst zeitnah auch auf YouTube hochzuladen. Es ist so, dass wir die Gewinner, beziehungsweise die drei Goldmünzen-Gewinner, um es ganz genau zu sagen, heute aus dieser Lostrommel ziehen. Unsere Mitarbeiter haben hier insgesamt 1670 Lose drin, liebe Zuschauer. Insgesamt waren es über 2000 Zuschauer-Kommentare, aber einige mussten wir leider disqualifizieren, weil sie doppelt und dreifach kommentiert haben, beziehungsweise aus dem Grund, weil es dann auch so war, dass die Videos nicht geteilt wurden und die Voraussetzung war ja, dass das Video geteilt wird, dass es einen Daumen hoch gibt, dass der YouTube-Kanal abonniert wird und dass in die Kommentare geschrieben wird, was die Lieblingsmünze ist. Und jetzt, dass Sie es auch mit beobachten können, liebe Zuschauer, ziehe ich mal die drei Gewinner-Namen aus der Trommel. Ich schaue mit Absicht nicht hin, da wir hier die Namen sonst lesen könnten. Und dann beginnen wir mal mit dem ersten Namen. Also der erste Gewinner ist der Herr Robert Mühlner. Herzlichen Glückwunsch! Eine Zehntel unserer Goldkriegerand geht somit an Sie aus dem Jahrgang 2020. Das Besondere an dem Gewinnspiel ist, wie ich finde, als wir gestartet haben, waren die Münzen knapp 190 Euro wert. Jetzt sind schon 220 Euro, dank des Goldpreises. Also so ein Gewinnspiel sollte es öfter geben. Schauen wir mal, wie die Reise weitergeht. Dann machen wir mal mit dem zweiten Namen weiter. So, dann haben wir das Kürzel KS. Ein großes K, ein großes S. Und eine Dame, eine Seltenheit. Herzlichen Glückwunsch an die Frau Anja Zimmermann. Sie haben ebenfalls eine Zehntelunse vom Goldkriegerand gewonnen. Herzlichen Glückwunsch an die drei Gewinner. Wir werden Sie hier nochmal einblenden. Robert Mühlner, KS und Anja Zimmermann. Ja, liebe Zuschauer, natürlich ist es jetzt eine tolle Zeit, in Gold zu investieren. Noch besser, und das ist immer der Fall, ist es, Gold geschenkt zu bekommen. So, und damit Sie auch ganz schön an den Gewinn kommen, wäre es sehr nett, wenn Sie sich in einen YouTube-Account einloggen, wo man auch Ihren Benutzernamen sieht, davon einen Screenshot machen. Und diesen bitte mit Ihrer E-Mail-Adresse an info-edelmetalle.de senden, mit dem Betreff YouTube-Gewinnspiel und Ihrem YouTube-Namen. Ich freue mich sehr für Sie. Herzlichen Glückwunsch. Ich würde mich freuen, wenn Sie unseren YouTube-Kanal trotzdem abonnieren, wenn Sie uns hier in die Kommentare mal reinschreiben, was Ihre Lieblingsmünze ist, wenn Sie das Ganze noch nicht getan haben und wenn wir Sie bald wieder auf unserem YouTube-Kanal sehen. Herzlichen Dank für die zahlreiche und anteilsreiche Teilnahme. Ich habe mich sehr darüber gefreut und machen Sie es gut. Schönes Wochenende noch für Sie. Tschüss.